Am 28. und 29. September 2021 versteigern wir vom Auktionshaus Künker in Auktion 353 den zweiten Teil der Sammlung Axel Tesmer. Sie enthält Prägungen der Könige von Preußen. Wir möchten ihnen anhand der darin enthaltenen Münzen und Medaillen erzählen, wie Friedrich II. seinen siebenjährigen Krieg finanzierte. Veritate et Justitie – für Wahrheit und Gerechtigkeit unter dieser Losung trat am 31. Mai 1740 der 28-jährige Friedrich II. sein Amt als König von Preußen an. Noch im gleichen Jahr, am 20. Oktober, starb Karl VI., Souverän der Habsburgischen Erblande. Ihm folgte seine 23-jährige Tochter Maria Theresia. Friedrich überfiel ihr Reich am 16. Dezember 1740 um Schlesien zu erobern. Er löste damit eine Reihe von Kriegen aus, die immer mehr Gegner auf beiden Seiten versammelten und die beinahe zum Untergang Preußens geführt hätten. Diese Medaille zeigt das Schlachtfeld von Kesselsdorf, auf dem Friedrich den zweiten schlesischen Krieg zu seinen Gunsten beendete. Dieser Sieg darf die Tatsache nicht verschleiern, dass der Besitz Schlesiens das Leben von 400.000 preußischen Bürgern kostete. Das entspricht rund einem Zehntel der damaligen Bevölkerung. Wer Friedrich II. heute den Großen nennt, sollte nicht vergessen, welche Bürden er seinem Volk und seinen Gegnern auferlegte, um seinen persönlichen Ehrgeiz zu befriedigen. Dazu gehörte eine der schlimmsten Münzentwertungen der frühen Neuzeit. War Friedrich 1750 angetreten, durch eine umfassende Münzreform stabile Geldverhältnisse zu schaffen, änderte er seine Politik im Jahr 1755. Er überließ die staatlichen Münzstätten den sogenannten Münzentrepreneurs, wie Veitelheine Ephraim. Sie sagten ihm einen festen Schlagschatz zu, den der König im Staatsbudget einplanen konnte. Dafür beuteten sie ihr Prägemonopol hemmungslos aus und wurden reich. Wie reich, davon zeugt heute noch das Berliner Ephraim Palais am Rande des Nikolai-Viertels. Es gilt als eines der schönsten Bürgerhäuser Berlins. Mit Talern und Friedrichsdorchs waren nur minimale Gewinne zu machen. Lohnender waren die Kleinmünzen und in preußischen Münzstätten wurden hauptsächlich Kleinmünzen geprägt. Sie dienten zur Sollzahlung. Jeder einfache Soldat in Friedrichs Heer erhielt alle fünf Tage sechs Groschen, also drei Zwölfteltaler zu zwei Groschen. Geprägt wurden die Zwölfteltaler in allen preußischen Münzstätten. Sie unterscheiden sich durch den Prägebuchstaben. A für Berlin, B für Breslau, C für Kleve, D für Aurich, E für Königsberg, F für Magdeburg und G für Stettin. Das große Geschäft machten Friedrich und seine Münzentrepreneurs erst, als Preußen mit der Schlacht von Lobositz die Kontrolle über Sachsen und seine Münzstätten gewann. Der König von Sachsen, Friedrich August II., war in Personalunion König von Polen. Seine Münzstätten lieferten die Kleinmünzen, auf die die polnische Wirtschaft angewiesen war. Der Export sächsischer Tümpfe im Wert von acht Groschen nach Polen war bereits vor dem Siebenjährigen Krieg ein einträgliches Geschäft. Nun wurde es noch einträglicher, denn Friedrich erlaubte, diese Tümpfe nach einem sich ständig reduzierenden Münzfuß auszuprägen. Damit die Nutzer glaubten, sie hätten eine alte sächsische Silbermünze in Händen, befahl Veitel Efraim, das Bild des sächsischen Königs Friedrich August und eine frühere Jahreszahl darauf zu setzen. Mit anderen Worten, der preußische König deckte, dass in seinen Münzstätten Fälschungen geprägt wurden. Auch wenn diese Münzen vorgeben, im Jahr 1753 und unter dem Leipziger Münzmeister Ernst-Dietrich Kroll entstanden zu sein, wurden sie zwischen 1757 und 1762 in vielen preußischen Münstätten geprägt und zwar so lange, bis sich kein Nutzer mehr täuschen ließ. In der Münstätte Dresden entstanden hauptsächlich Mariengroschen zu einem verringerten Münzfuß. Die Gewinne aus dem Münzbetrug deckten einen Teil der Kriegskosten. Ein anderer Teil wurde mittels Subsidien finanziert. Die von William Pitt geleitete britische Regierung, die mit Preußen verbündet war, steuerte zwischen 1758 und 1761 jährlich Gold im Wert von 4 Millionen Reichstalern bei. 4 Millionen Reichstaler entsprechen 4560 Kilo Feingold. Daraus hätte man vor dem Krieg Friedrichsdors im Wert von 3 Millionen 412.500 Reichstalern herstellen können. Doch auch hier wählte Friedrich einen betrügerischen Weg. Er ließ das Gold mit Kupfer legieren, um den Feingehalt auf 8 Karat respektive 319 vom 1000 herunterzusetzen. So fertigte er minderwertige Goldmünzen im Gegenwert von 10 Millionen 765.865 Reichstalern, die mit einem Zwangskurs von 5 Reichstalern angenommen werden mussten. Auch diese Münzen gaben vor, sächsische Prägungen zu sein. Während Preußen von Großbritannien, Portugal und Braunschweig unterstützt wurde, kämpften auf der Seite Habsburgs, Frankreich, Russland, Schweden, Spanien und Sachsen, wobei jeder Herrscher seine eigene Agenda hatte. Elisabeth I. von Russland zum Beispiel plante, Ostpreußen zu erobern, um später von Polen das Herzogtum Kurland dagegen einzutauschen. Tatsächlich gelang es Elisabeth am 12. August 1759 in der Schlacht von Kunersdorf, den Einmarsch in Ostpreußen zu erzwingen. Hätte sie gewollt, die russischen Truppen hätten nach dieser vernichtenden Schlacht Berlin besetzen können. Diese russische Medaille erinnert an Elisabeths Sieg. Wollte Elisabeth Ostpreußen gegen Kurland tauschen, musste es wirtschaftlich attraktiv bleiben und dafür musste sie das Münzwesen sanieren. Deshalb prägten die Russen seit 1759 Münzen in Königsberg. Es waren die Nominale, die man in Ostpreußen kannte, wie dieser 18 Gröscher von 1759. Er zeigt auf der Vorderseite das Brustbild der Zaren mit einer Umschrift, nicht in russischen, sondern in lateinischen Buchstaben. Die Rückseite übernimmt den preußischen Adler. Elisabeths Münzen ähnelten denen, die Friedrich hatte prägen lassen. Es gab nicht nur 18 Gröscher, sondern auch 6 Gröscher, 3 Gröscher, 2 Gröscher, Groschen und Schillinge. Die russischen Münzen verschwanden wegen ihres hohen Silbergehalts schnell aus dem Geldumlauf. Die Münstätte Königsberg kam mit ihrer Prägung nicht nach. Deshalb ließ Elisabeth zusätzlich Münzen wie diese in Moskau herstellen. Friedrich nutzte die Beliebtheit der russischen Prägungen für Ostpreußen, um profitable Fälschungen herstellen zu lassen. Man erkennt sie an der veränderten Umschrift. Bei russischen Originalen endet sie auf Russ, bei preußischen Fälschungen auf Russie. Natürlich blieben all diese Münzmanipulationen nicht geheim. Die Wut der Bevölkerung wuchs. In Aurich stürmte sie das Haus von Arendt Haimann, der für Ephraim die Münstätte betrieb. Nach ihm tragen die Mariengroschen aus Aurich den Schimpfnamen Haimännchen. Sie waren nur ein Drittel so viel wert wie vor dem Krieg. Und dann starb Elisabeth I. am 5. Januar 1762. Peter III. übernahm die Macht. Er war ein glühender Verehrer Friedrichs. Deshalb verzichtete er mit einem Federstrich auf alles, was seine Tante erkämpft hatte. Peter schloss Frieden mit Friedrich und rettete Preußen. Das konnte im Frieden von Hubertusburg am 15. Februar 1763 günstige Bedingungen für sich durchsetzen. Diese Medaille erinnert an den Frieden. Sie zeigt das sächsische Schloss Hubertusburg bei Leipzig, wo die Unterhandlungen stattfanden. Darüber schwebt Pharma als Botin des Friedens. Germanien befriedet, liest man auf der Rückseite. Was das bedeutete, daran erinnert nicht nur die Personifikation mit der Weizenehre. Im Hintergrund bebaut ein Bauer sein Feld. Die Menschen mussten nicht mehr Hunger leiden. Hunger, den selbst Friedrichs Kartoffeln nicht hatten stillen können. Noch am Tag der Unterzeichnung des Hubertusburger Friedens soll Friedrich sich daran gemacht haben, die infamen Münzen, wie er sie nannte, zurückzuziehen. In einem ersten Schritt erhielten die Münzentrepreneurs den Befehl, die Münzen mit dem Münzfuß auszuprägen, der 1759 festgesetzt worden war. Am 1. Juni 1764 kehrte Friedrich zur Vorkriegsordnung zurück. Alle Münzen basierten wieder auf dem Graumannschen Münzfuß von 14 Talern aus der Kölner Marksilber. Außerdem übernahm der Staat wieder die Verantwortung über die Münzproduktion. Friedrich II. hatte den Siebenjährigen Krieg gewonnen, weniger militärisch als vielmehr wirtschaftlich. In der preußischen Staatskasse lagerte bei Kriegsende Bargeld im Wert von knapp 23 Millionen Reichszahlern. Österreich und Frankreich dagegen hatten derart hohe Schulden angehäuft, dass sich der Staatsbankrott nicht mehr verhindern ließ. Wir vom Auktionshaus Künker würden uns freuen, Sie mit dieser Episode aus der preußischen Geschichte ein wenig neugierig gemacht zu haben auf die Sammlung TESMA. Es wäre schön, wenn Sie an unseren Herbstauktionen vom 25. September bis zum 1. Oktober 2021 teilnehmen würden. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie, uns zu kontaktieren. Sollten Sie Fragen haben,